Hallöchen und Willkommen im sechsten Part Prozent ein paar von Let's be together Minecraft mit dabei Lars und Niklas der LNP das immer noch nicht da in der Welt bleibt aber noch halbes Herz einer Lasse auf mich umzubringen Bauhaus das Projekt auch gerade selbst und die Berliner Beziehung zu weil ich bin runtergefallen nur schon er hat ich bin da ich selbst mal klipp oder gefahren er ist bleibt noch ein halbes Herzgeheim gut okay ich gehe zu bis zu sagen Scheib zu machen und dann lang würde ich sagen Bauer wir ohne Mitte Farmer machen ich brauche Holz für Zäune er gut dann sammeln du als bisschen Holz an der Stelle um die Farmen Bauwolle ich gehe ganz kurz ein bisschen Sand holen ich mache mir ein bisschen ein bisschen für den Eimer und Stöcke für 4 heute eine Angelegenheit das ist ja wohl für den Scheiß wir machen gerade Let's Play das kann ich machen wenn man kein Let's Play machen morgen das ist es ist wir haben nicht so und ich hätte auch selbst mal zu machen hält ja aber wenn ich versetzte felses Karte schauen und aus ihr und die Schwächsinn Ollankomilie und Erfolge dass der Tag fährt und ich es geht auch nie die nächste Nacht nicht nicht mehr als kommt ich könnte mein Hausauslauf erstellen was heute wurde von ich mach das immer so wenn ich selbst reisen bei ein ist die lange Zeit aufgaben 9 war nie der ist noch da ja aber eben die Mieske egal ich nehme ich jetzt wo Panner veralter Pair was nebenbei es bei der Pläne die Grunde hat Pläne die Grunde hat Pläne die Grunde hat Pläne die Kronter tat Alter der Assel der Energie in Mann in der März schon 50 Minuten alter Lars nicht spielte der Trexel wusste hin Kjörn Schirmung all da kommen stehen um ne der ist in die ganz weg deshalb auch noch ohne ja schon aber irgendwie so du ohne ist auch doch ja aber uns das Geil ist er weg die Gäste schon aber er redet mit Lars vielleicht ist er ermordet worden oder schlimmer du ohne Hockdorf kommen jetzt manche haben eine ganze Zeit Oku ich hab hier noch zwei Glas der Arzt die Spiele naja dann ist der Lars jetzt auch mit Klinik Schicklehrer der hat irgendwas mit scheißgerufen egal er wird schon weiter kommen so anfangen wir nun fahren oder erwarte ich mach nur mein zeichnen wieder ins ding ganze zeit mache ich jetzt erst mal ihren braune wolle ohne neuerzeit machen ja jetzt können die mir aber gar nicht bauen warum er denn noch zum Regal wo Baumann überhaupt sind ich denke direkt unter dem Berg die Ende was wollte ich machen genau hast du in Kaffee so noch ich habe konnte sie getrückt ich habe auch hier sein Geld was ihre 60er packt nur hier so cool Prozent die Stoffen ja zombie zombie hier so gut auch ein Stoff ja warte noch kurz die Ziele wie jeder e wirklich ich fühle mich so moffig egal in die Zwischlauke wechseln ich bin alleine bei YouTube da ist wieder jemand Halleschen und ich ich bin es ist Niklas ok Niklas ist wieder da und oh Creeper, Skeleton sorry Alter du scheiß Skeleton Alter, geh da in den Mund ab dieses scheiß Ske... äh Creeper Kind ey dieser scheiß Skeleton da haben wir sie kommen hält dich zurück da ist ein Zombie vor meinem Fenster egal steh ab, steh ab das ist die Frage an alle Abonnenten und anderen, die das Video gucken schreibt in die Kommentare, wo ihr denkt, Lars ist denn? das ist die Satz, hat aber irgendwie keinen Sinn ergibt, oder? egal, ok, komm runter in die Klasse komme zu mir komm hier runter komm hier runter komm hier runter komm hier runter guck mal ich hab hier runter, hallo ich hab hier Niklas dreht mal um hinter da hallo jetzt bist du wahr, ich komm zu dir noch hallo 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 da, ja, 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 komm wir bauen die Farm ähm ähm hier hin gut wird der Berg, komm hoch, hier zuh immer hat die hier, hier stehe ja genau könnte man mal den Baum hoch weg oder so riesen Baum, was man machen muss oder wenn es einfach hat ja komm ich weiter werden breit machen wir uns so breit wie ich ja bilden sich die gründlich ja denn die Klasse sehr dünn mir haben wir haben wir haben wir was tun nicht für Prozent hat ein Gruppes an was er zu tun kommt dann geht auch auf egal kommen helfen die Bauern und sie fahren Jokic kommt ja wir entschuldigen uns für diesen sehr schlechten Part ja ja so viel sind die Klasse kurz weg Lars war weg und ich ja zog hier treu weiter und lasst sie auf sich die ganze Zeit zu killen sonst gibt's auf die Fresse der Karte mehr er gibt es ja gut ohne die Kommen immer der Krieger Kelle bevor er hierher kommt ich gehe schon mal mit Wasser auf ja gut und ich fetzte eine Kroo oder wie sie spinnen die kommt jetzt an der Lichter auch noch Schelfdierstelle, ich komme dann jetzt nur schau wie geht das Träger jetzt auf n in einer Nürnberg Scheiße sind ja ja hier ohne Bergrand die Bau und die Krater bis hier vor allem Daniel hat was zum Essen ja was kommen wir kommen zu mir dort wurde anfangs gefahren Ankerheit einfach müssen wir so leise schreibt mir ein bisschen mehr mehr in der Einlass das ist doch Assozial Assoziales Verhalten zu schreien ein Assoziales Verhalten so wird so eine hast du noch wenn ich aber mache ich auch nicht vorhin ich habe mich ich habe genug Steine gut Prozent bin ich hochkommen du wolle ich war nach oben und ehemalige so was wollte ich mache zwei Ecke ich schützt auf morgen war alles hierhin ich stehe acht die Stücke braucht man nicht so gut äh 8 ich habe 2 4 Stix ich bin so unnötig hier steaks das war was wird Traumann jetzt 6 steht er genau 6 64 sagt kann man auch jungen auf auch in den Scheiße ich brauche in 4 6 6 dick mehr Lauf Junge Lauf verdammt wo ein Pidu Lauf Junge Lauf Lauf Junge Lauf Alter Hals Maul du bist du bist keins von beiden okay ich habe jetzt zwei vier 60 Zäune oh tja um oder ich 2 4 ich baue hier um der Gebiet hier 20 rum hier lassen auch du kommst tollen die Welt haben wie findet ihr so steht wenn man es noch ein bisschen breiter und hat nähe ich denke das reichen später komplettiert noch in den Rand der Kämmer das in die Füße bildet sich lang bloß auch gleich das reicht doch von der Anrufung er hat sich kommentieren müssen automatisch die Maschinen machen da auch in die noch nicht können auch vor mir ein Eitomar so gut hat er noch sieben ist für mich ganz toll zumal diese Gericht sammeln und was jetzt ist er auch am kraft ich hab er es sollte vielleicht mal abbaulsetzen hier die Dinger ganz gut hoch ich will das Feld nein das will ich machen ich will das Feld ein bisschen auswählen hinter mir noch mal erde weg und ich weiß noch gar nicht die Hände das Recht besucht auch schärbt aufnehmen er hat ein Mensch abgibt sich der nächste Partei so wird er die ganze Zeit selbst jetzt muss man wenn ich auf der Basis hier und die Themen die waren und ich hab keine Ahnung will sie sich im Haus an das geht nicht weiter was legt ich finde das Wort nur lustig ich mag das Wort was will ich die Ziele haben Kruppeln der Tülle Europäer ein Kruppel das denkt immer an Rumpen so nicht das Teil was jetzt in den Trocken meint rubbeln das Teil zwischen den Beinen Rumpel das meinte Niklas Rauh und er hat eine Klasse Selle mit 13 in den Breitzen sieht es was anfangen kann ich hab's denn und reizte noch jetzt abgeladen sind haften ich habe 22 erde und sonst nix wo sind Niklas ich sammle sie es ist so wichtig die Kassel mit Samen ich habe schon zehn Stück Kuhl die BK Schilderbohr hat das ist auch ein Wach wo ich vieles habe ich kann aus dem Jahr der Kartoff und Gott ich habe einen Samen in meiner Hand mit der Karte mit Klaas Pernberg zu sein Pernberg aufs Leben und Schülern abhandelt Wer fling? Ich mach mich gar nicht, da ist kein anderes Nur schlimmer! Wer ist schlimm? Nee, okay, ich höre ja auf, das ist schlimm Das muss ich in der Lasse, und eine Höhle Da war ich auch Cool, der Niklas war schon im Loch drin Oh, welcher ist noch der Philipp? Welcher? Ja, Italienisch Ja, kennt ihr auch nicht die Nachname sah Der, welcher Und dann, äh, in Musikjahr, in Italien, der Adolphe Der schwarze Niklas Ich hab hier was für dich, guck mal Guck mal, die gäbe ich dir jetzt Hier nimm Was sind die schön? Hol noch, hol noch ein paar Oh mein, ich hab schon sieben Samen Alter, der Part endet in vier Minuten Die brauchen wir Ich weiß gar nicht, was mein Vater eigentlich grad wollt Der hat mich jetzt in Ferien, gell? Die hat das heute nicht zukommt Ja Der kommt in drei Stunden Hätte mich das auch noch von können Wer ist doch die Leute sind Machen wir rein, die Weize-Fahrer, aber auch bis zu Gauernort und später Ja, und wie Ausländer, man muss so abtrennen mit einem Zauberhaus abtrennen Vielleicht Okay Wir machen eine Grabe Du will es eigentlich wie natürlich die Grasform der Wende Flust Na ja, komm, egal Da ähm, Lars, wo bist du? Ich hab keine Ahnung Nee, weil ich brauchte eine Sieg Ich hab neun Ja, die braucht 9 Liter 9 Liter Wie hübschen Ah, genau, wo ist denn die Arbeit? Ich bin schon mit Beinemgefall, ey Nee, ich hab' Nee, ich hab' Ich hab' Ja, 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 ich hab' Oh mein Gott, ein Skelett am Arsch Hey, du bist du? Leber Ähm, ich bin der Höhle Ne, doch bist du, ich brauch' die Häfe Ich Frank Moses i hat die Last Kutszenle Geht Ich Oh mein Gott, ich nie Ernamen Das find' ich nicht gut, von dir Niklas concurredet Also auch, soll ich kosten? Kostlaut Anelnd S 31 K Dogra Kans kot�� Prozent 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 der Wachstum und das geht ja der Schmeister zeigt aus dem Mund traurig irgendwie wenn du was man nach dem Schmeiß der Schmeister zur Kulteile der Krupp was wurde schafft der Buch der Bomben Baumdingern Prozent 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 die Katzen über Neuernorten vielleicht ist das zuvor und ist vielleicht an den Berg ist kurzer Kurzem grüne Portiaus Daniel Hashtun in Europa und ziemlich ich hatte mit Krasse 9 Liter haben in den Klassen das war schlimm der Liederländin wenn die Wacken sind ja auch mal nicht mehr als egal jeder muss jetzt werden ja nicht so an der sich in die Veränderungen und zwei er dann haben wir zu vertreten ich habe schon mal der Zuckerrohrplantage egal nein das ist der Partie nicht jetzt er war der Pferd hat auch noch auf er wird also wir haben wir haben ab 6 ich noch mal auf der Ende ist jetzt hier mit einem Markt mit einem wunderschönen Mann und auch mit Schauleute mit der Faktschüs Ich muss ihn immer dran erinnern